Hallo und herzlich willkommen zur Übersicht. Hier werde ich darauf eingehen, welche Themen ich durchnehmen werde. Als erstes stelle ich mich selbst vor und verliere ein paar Worte über mich selbst. Dann gehe ich darauf ein, dass man ein Problem erst erkennen und akzeptieren muss, bevor man was dagegen tun kann. Warum man trotz alledem eine positive Einstellung beibehalten sollte, auch wenn man viele Probleme hat. Dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Von der Entscheidung zur Vision. Wie gehe ich das an? Dann noch das Thema andere Menschen und wo bekomme ich weitere Hilfe? Vielleicht muss ich mal über meinen eigenen Schatten hüpfen. Darauf gehe ich auch noch drauf ein. Warum sollte man sich ein Ziel setzen? Die Planung und warum sie wichtig ist. Warum aufschreiben? Sinn und Zweck des Tagebuchs? Wie halte ich durch? Und dann teile ich alles in kleinstmögliche Schritte auf. Das Thema aus dem Weg gehen ist sehr speziell und hat mit negativen Menschen in der eigenen Umgebung zu tun. Und zu guter Letzt, letzte Worte und Hinweise von mir. Und dann würde ich sagen, stelle ich mich jetzt am besten mal vor. Und dann würde ich mich jetzt mal vor.